Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Royals mit mir und Steve. Und wir haben ja in der letzten Folge alle Tutorials abgeschlossen. Und jetzt können wir unsere eigene Ära starten, nämlich die Ära des Untergangs. Start an Error. Think carefully about where you position your giants. Time can be of essence and your giants must cover great distance. Und jetzt, ja, unsere Welt wird unglaublich. So, a new era begins. Developments achieved. Drei von sechs, ne, 69, so, meine Güte. Try to achieve different developments to we may grow in power. Achieve nine more developments to advance to next level. Developments not yet achieved. Forest Tribe, Finale Clan Error, Forest Welch, bla bla, okay, ja. Na gut, machen wir das erst mal. Ich fange erst mal an. You have hints enabled. You can disable hints in the game and video options in the game menu, but it's advised to keep them on if you're a new player. Ja, dann lassen wir erst mal alles so. So, jetzt haben wir unsere vier... Ja, vier Götter. Ich nenne sie Götter. So, einmal krosse Krabbe. Komm mal. Du sollst mir hier mal ein wenig Wasser planten. Am besten machst du das hier. Ja, du sollst mir auf der anderen Seite des Planeten mal eine... Ja, eine Wüste. Machst du mir eine Wüste? Hier. Machst mir da mal eine Wüste. So. Du belebst bitte erst mal ein Ozean. Doch gleich viel besser. So, du machst mir auf der Seite der Welt ganz viel Wald. So, du machst mir hier einen Sumpf. Ähm, was darf ich denn jetzt halt für deine Möge kommen? Boah, Fische. Ich hätte gerne wie viel Leben auf beiden Seiten, äh... ...ein Strandsäulen da auch irgendwie nutzen können. So, hat doch unser Planet schon mal ein bisschen Farbe. A forest village is settled. Forest village is often start projects. Blah, okay. Du kommst mit, weil ich will... Nee, will ich doch nicht. Dann machen wir was anderes, dann... Was zu mir hier erst mal an Werken kamen herein, falls es geht. Ich habe mich da gerade ein gelbes Ausrufezeichen gesehen. Sehr gut. Also was ist das? Advanced Menarals. So, ich bleib jetzt mal an der Hüste noch mal ganz langsam. So, ihr habt hier schon ein schönes Dorf, ne? Das ist also... Das freut mich, boah. So, dann machst du einfach mal hier... ... 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